Treffpunkt, ein Stück Heimat und ein Stück Himmel, das alles sollen die neuen Räume des Mehrgenerationenhauses, des Sozialdienstes katholischer Frauen an der Löninger Straße 16 laut Koordinatorin Iona Röpke Janssen sein. Das Fachwerkhaus mit seinen vielen Räumen und dem großen Garten wurde am Freitagvormittag offiziell eröffnet und von Dächern Bernd Strickmann gesegnet. Möbel und Materialien von 200 Quadratmetern aus dem alten Gebäude wurden von vielen Helfern zusammengepackt und die 240 neuen Quadratmeter ebenfalls dank vieler helfender Hände von ehrenamtlichen Vermietern und Handwerkern hergerichtet. Das MGH in Kloppenburg hat in seiner Arbeit den Schwerpunkt Integration und Bildung.